Die Entzauberung Gretas. Kontrollverlust der herrschenden Klasse oder kontrollierte Sprengung einer Ikone jenseits des Verfallsdatums. Vorletzte Woche wurde Greta Thunberg in Davos entzaubert. Der Klimakobold und skandinavische Tribunaltroll hat ausgedärjüt. Die Frage ist nur noch, ob der Verfall ein Zeichen von Kontrollverlust der herrschenden Klasse ist oder einer kontrollierten Sprengung. Greta wurde von ihr unfreundlich gesinnten Reportern um Ezra Levant und seiner kanadischen Plattform Rebel News, kurz RN, abgefangen, als sie das Davoser Gebäude des US-amerikanischen Mainstream-Senders CNBC verließ. Interessant ist nicht nur der Vorfall selbst, sondern die Tatsache, dass CNBC genau Bescheid wusste, dass RN vor ihrer Türe wartete, als Thunberg das Gebäude verließ. Die RN-Reporter hielten sich anlässlich des jährlichen Treffens des Weltwirtschaftsforums in der Schweizer Stadt auf. Einige Tage zuvor hatte RN den Pfizer-Vorstandsvorsitzenden Albert Burler abgefangen, als er sich auf dem Weg zum CNBC-Gebäude befand. Als zu einem späteren Zeitpunkt ein CNBC-Vizepräsident vor dem Gebäude mehr als überlebensnotwendiges CO2 freisetzte, pardon, eine Zigarettenpause einlegte, fühlte er sich von der Truppe Levant, die ihm hartnäckig Fragen stellte, sichtlich belästigt. Er blickte sie an, als seien sie ein Stück Davoser Hundedreck an seinem Schuh. CNBC wusste also genau, dass Rebel News da war. Dennoch ließ der Sender die schwedische Jugendaktivistin anscheinend völlig unbegleitet loslaufen. Eine Viertelstunde lang prasselten Fragen von drei bis vier RN-Journalisten auf sie ein, während sie anscheinend zielstrebig auf einem verschneiten Fußgängerweg entlang lief. Es ist alles auf YouTube zu sehen, also schon fast im Mainstream. Siehe Videolink unten. Anzubieten hatte sie nur Nicht-Antworten, Unsinnsantworten und Gekicher. Ihr wurden mehrere Gelegenheiten gegeben, die Anreise vieler WEF-Teilnehmer mit dem Privatjet zu verurteilen. Sie ließ sie alle verstreichen. Am schädlichsten für ihr Image war die Antwort auf die Frage, dies ist doch sicher eine Gelegenheit, Leute, die nicht ihrer Meinung sind, davon zu überzeugen, ihre Lebensführung zu ändern. Sie erwiderte, Ich wünsche, ich könnte mehr Dinge ernst nehmen, aber ich neige dazu, über die meisten Dinge zu lachen. Auf die Folgefrage, wie diese Einstellung mit ihrer ikonenhaften, mit wutverzerrtem Babygesicht vorgetragenen How-Dare-You-Rede zusammenpasst, kam keine Antwort mehr, da sie von einem Transporter abgeholt wurde. Mindestens ebenso bizarr wie das Verhalten, der als Propagandawaffe der Herrscherklasse und ihrer Eltern offenbar missbrauchten jungen Frau mit Asperger-Syndrom, war das Verhalten anderer Journalisten im Pulg. Nach den ersten Fragen von Rebel News meldete sich ein Reporter zu Wort, der durch das Tragen einer rosafarbenen Wollmütze auszuweisen schien, dass er seinen Kopf nicht nur vor der angeblich klimaerwärmten Kälte in Davos zu schützen gedachte, sondern auch vor Falschdenk-Gedanken anderer. Er sagte an Thunberg gerichtet, vielleicht wollen sie mit einem echten Journalisten sprechen, war ihr Besuch in Davos ein Erfolg? Diese Frage wurde völlig ignoriert. Einige Minuten und viele Fragen von Rebel News später fielen andere echte Journalisten dadurch auf, dass sie für Greta antworteten oder ihr Stichworte gaben. Zum Beispiel auf die an Greta gerichtete Frage von Rebel News, wer sie denn berät, blaffte ein Regimestenograf Siemens. Daraufhin Thunberg, ja und Schell und Exxon. Was ist von diesem Vorfall zu halten? Zum einen kann als sicher gelten, dass Thunberg auf der abschüssigen Bahn ist. Ihre Nützlichkeit für die Herrscherklasse ist offenbar aufgebraucht. War es aber ein Unfall der Propagandaabteilung oder Absicht? Der Kolumnistenkollege im Freiheitsforum Carlos Gebauer hat in seinem jüngsten Beitrag über die Diskursverweigerung der herrschenden Klasse siniert und Alexander Wendt zitierend den Begriff antirealistischer Schutzwahl vorgebracht. Dafür bin ich sehr dankbar, denn seit Jahren suche ich nach einem Terminus, der dieses seltsame, anti-aufklärerische, anti-wissenschaftliche und anti-zivilisatorische Verhalten der Elite und ihrer Medien auf den Punkt bringt. Hier ist er. Auch wenn kaum einem unter 30-Jährigen die Konnotation mit der Berliner Mauer bewusst sein wird, hier hat die staatliche Unbeschulung ganze Arbeit geleistet, der Begriff trifft wie kein anderer ins Schwarze. Als das Vorbildkonstrukt, der antifaschistische Schutzwall, noch ganz jung war, gab es zunächst höhnisches Gelächter von Seiten des DDR-Regimes. Heute lacht die 20-jährige Thunberg ins Gesicht von Leuten, die ernsthafte Fragen stellen. Es könnte also sein, dass sie an jenem Tag in Davos lediglich das undiplomatische, ehrliche Gesicht der Herrscherklasse zeigte und zeigen durfte. Eine Klasse, die sich hinter ihren Schweigemauern bombensicher fühlt. Was noch für das Ende ihrer Nützlichkeit spricht? Die Klimarettungsinfrastruktur ist rund um den Globus fast kompletiert, einschließlich der nahezu totalen Propagandisierung der Weltbevölkerung. Während der Pandemie wurde die Schweden in Reserve gehalten. Jetzt aber läuft in der Ukraine schon die nächste Weltbeherrschungsbaustelle und keiner fragt nach den CO2-Emissionen und Kompensationsmaßnahmen dort. Greta würde da nur stören, nicht direkt, das würde sie nicht wagen. Aber ihre fortgesetzte Präsenz in den Medien könnte zu sarkastischen, narrativ zersetzenden Fragen führen wie »Warum schicken wir keine Elektropanzer?« Also kann sie sprichwörtlich den Wölfen zum Fraß vorgeworfen werden. Wie auch immer, Greta ist entzaubert. Die nächste Herausforderung ist ungleich größer. Der antirealistische Schutzwall. Sie hörten einen Beitrag von Robert Grözinger. Dieser Beitrag erschien mit freundlicher Genehmigung von freiheitsfunken.info, die libertäre Glücksschmiede aus der Schweiz. Besuchen Sie die Freiheitsfunken im Netz und abonnieren Sie den Telegram-Kanal. Die Links finden Sie in der Videobeschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Katina Papadopoulou.